Hallo zusammen, ich bin Perissa und ich würde heute gerne versuchen, mein Gesicht mit Dr.Bronners-Säufel zu waschen. Als erstes mache ich das Gesicht einfach mal anliegen. Dann nehme ich zwei, drei Dröpfchen von diesem Mandel Dr.Bronners. Das ist ein schönes Gesicht. Das ist schön. Es ist mega angenehm und fühlt sich sehr leinig im Garten. Ich fühle mich sauber und einfach frisch. Ich würde sagen, du hast verstanden.